Ich küsse dein Herz, Leon. Walla, du bist ein guter Junge, aber versuch deine Emotionen ein bisschen im Griff zu haben. Mark Bay sagt, bist du kritikfähig? Das ist die wichtige Kritik. Das ist da, wo man auch wirklich ein herzliches Interesse daran hat, da anzuknüpfen. Er schreibt gerade rein, wenn du kritikfähig bist, warum werden dann konstruktive Kommentare unter deinen Videos gelöscht? No front. Das ist eine Aussage, die du wahrscheinlich von irgendwelchen Marvin Californias so übernommen hast. Was definitiv nicht der Fall ist. Können noch 10 YouTube-Kanäle sich zur Aufgabe nehmen, uns runterzukriegen. Aber wir sind stark, Bro. Und vor allen Dingen, wir kämpfen nicht mit Hass, Digga. Wir kämpfen mit Liebe. Eine Sache will ich noch ansprechen. Ich habe mir dieses Marvin California Video, habe ich mir so eine Minute oder so angeguckt. Egal, wer zuguckt. Ich bin ein Mensch. Zwar eine Marke geworden, aber auf menschlicher Basis. Ich bin ein Mensch und ich werde für immer Mensch bleiben. Ich werde Menschlichkeit immer über Marketing stellen. Ich bin unterwegs mit den Brüdern. Ich bin halt ein emotionaler Mensch so. Und das macht ein Mensch auch menschlich, weißt du. Ich finde so unemotionale Roboter-Vibes auch nicht geil, weißt du. Das macht dir auch ein bisschen meine Persönlichkeit aus. Ich gebe dir recht, dass man an der einen oder anderen Stelle so, gerade wenn man in der Öffentlichkeit stattfindet, Emotionen mal ein bisschen rausnehmen sollte. Aber ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man auch mal Emotionen sprechen lässt, weil das macht einen menschlich. Und jeder, der nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, weiß auch, dass Mensch ist halt so, wie er ist, weißt du. Und auch im Privatleben hat man seine Emotionen nicht immer hundertprozentig unter Kontrolle. Und ich glaube, es tut einem Menschen auch nicht gut, wenn du immer deine Emotionen unterdrückst. Ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, wenn du in Balance reinkommst und dich so mit Meditation und mit Yoga und so ein bisschen in die Balance, in die Mitte reinbekommst, sodass du nicht immer emotional reagierst. Aber an der einen oder anderen Stelle finde ich auch Emotionen wichtig und richtig, weißt du. Also ich habe schon mit Emotionen auch sehr viel erreicht und sehr viel bewegt auch im Menschen teilweise so. Gerade wenn es in diese Motivationsrichtung reingeht, habe ich schon persönliche Gespräche mit Menschen gehabt, die so ein bisschen zwischen Tür und Angel standen. Und dann habe ich da meine Emotionen sprechen lassen, weil ich in den Menschen was Krasses gesehen habe und habe die richtig mit allem, was ich habe, brutal emotional zugetextet so. Und das hat denen geholfen. Weißt du, jetzt nur als ein Beispiel so. Mark Bay sagt, bist du kritikfähig? Definitiv. Definitiv. Hundertprozentig. Also wenn es konstruktiv ist, wenn es gerade vom Menschen kommt, wo ich so ein Gefühl dafür habe, das sind korrekte, gute Menschen, die versuchen, mich auf irgendwas aufmerksam zu machen, dann bin ich der Letzte, der das nicht einsieht. Alle meine Freunde und vergangenen Freunde, die mich kennen, wissen das auch, wenn die mal Kritik an mir geäußert haben oder mal mir gesagt haben, ey so und so. Ich muss sagen, ich bin eine sehr starke Persönlichkeit, dass manche Menschen, die mich kennen, auch im persönlichen Leben, so im echten Leben, sich manchmal nicht trauen, mich zu konfrontieren mit Kritik so mäßig, Digga. Aber wenn Leute und Menschen mich mit Kritik konfrontiert haben, zu denen ich eine Verbindung habe, wo ich spüre, das sind gute Menschen, die wollen mir was Gutes, dann habe ich das bis jetzt immer angenommen und immer versucht umzusetzen. Vesu. Jacqueline Coban, ich küsse dein Herz. Dankeschön für die schönen Worte. Cooler Typ, den man. Stichwort ist wohl konstruktive Kritik. Ja, nicht nur konstruktiv, also viele heucheln ja auch konstruktive Kritik so. Sagen, ey Bro, das ist jetzt nur konstruktiv gemeint, aber bumm, bumm und dann hörst du, sie liest so zwischen den Zeilen. Also über Internetkritik ist sowieso schwierig, sage ich mal so, weil die Menschen übers Internet gar nicht richtig wissen, wer du eigentlich wirklich bist, so. Deswegen sollte man sich so richtig zu Herzen nehmen, die Kritik von seinem Umfeld, von seiner Familie, von seinen Leuten, so. Das ist die wichtige Kritik. Das ist da, wo ich auch wirklich ein herzliches Interesse daran habe, da anzuknüpfen, weißt du. Wenn jetzt irgendwelche Leute Videos machen und sich dann so hinstellen und so tun, als ob das konstruktive Kritik ist, aber eigentlich dich nur nicht mögen, dann ist es keine Kritik, die bei mir richtig ankommt, weißt du so. Ja. Der Aldinho, ich glaube, du bist ein Kritiker von mir so. Er schreibt gerade rein, wenn du kritikfähig bist, warum werden dann konstruktive Kommentare unter deinen Videos gelöscht, no front. Das ist eine Aussage, die du wahrscheinlich von irgendwelchen Marvin Californias oder irgendwelchen Leuten so übernommen hast, was definitiv nicht der Fall ist. So, da lügt ihr euch selber an, wenn ihr das sagt, weil ich bin der Letzte, der irgendwelche Kommentare löscht, schon immer. Ich habe mir noch nie Zeit dafür genommen, meine Kommentare durchzustöbern und zu gucken, was da negativ ist und das dann zu löschen. Also, wenn du dir meine Kommentare anguckst, Bro, dann siehst du das auch. Weißt du, wie ich meine so? Das ist so, das ist einfach so an den Haaren herbeigezogen, um mich noch schlechter darzustellen, um mich noch unglaubwürdiger zu machen, mich so hinzustellen, als ob ich mit Kritik nicht klarkomme. Die Leute sagen dann, der löscht Kommentare. Das ist so ein Ding geworden, das sagt man dann einfach mal so im Internet. So ein Marvin hat das auch, der sagt es dann einfach. Ja, der löscht Kritik, der löscht Kommentare. Drei Leute haben mir auf Insta geschrieben, der hat meinen Kommentar gelöscht. Bro, erstens, weißt du nicht, ob diese Leute dich anlügen, damit du einfach wieder Fake News verbreitest. Und zweitens, habe ich noch nie Kommentare gelöscht. Da kannst du mir in dir, kannst du so, da, da, ich lege meinen Schwanz dafür ins Feuer. So, Marc Beise sagt, Digga, Leon hat schon Kriege durch. Was für Kommentare. Also spätestens bei meinem ersten riesen Shitstorm ist mir auch klar geworden, dass ich, dass man da auch nichts, was bringt das überhaupt, Kommentare zu löschen, ist so voll unnötig so. Wer löscht Kommentare? Was hast du dann davon? Was hast du dann davon? Ich habe mal gesehen, Roos hat, glaube ich, mal in irgendeinem Realtalk, hat er mal erzählt, dass die bei HipHop.de das teilweise mal gemacht haben, weil die Kommentare irgendwie auch dann die grundsätzliche Meinung über das Video und die Dislike-Dislike-Verhältnisse beeinflussen. Aber mir ist das scheißegal, Bro. Seitdem ich einen riesen Shitstorm hatte, ist mir Kommentare, Likes, Dislikes und so, geht mir viel weniger so in die Vibes rein als früher. Und selbst früher habe ich nie Kommentare gelöscht. Tufan sagt, das ist die beste Community, die ich je gesehen habe. Wir sind real und ehrlich. Bruder, ich küsse dein Herz, Pester, Mann, Bro. Faust auf die Realness, mein Bruder. So sieht das aus, Digi. Wir lassen uns nicht unterkriegen, Alter, von so vielen. Egal, können noch 10 YouTube-Kanäle sich zur Aufgabe nehmen, uns runterzukriegen. Aber wir sind stark, Bro. Und vor allen Dingen, wir kämpfen nicht mit Hass, Digga. Wir kämpfen mit Liebe, so. Love Fighters. Love Lock Fighter, weh schon. Love Fighters. Das ist eigentlich ein geiler Name für unsere Community, Bruder. Marvin sagt den Leuten, dass sie dich haten sollen. Was ein armer Typ. Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Das zeigt dir schon, was für ein Mensch der ist. Weißt du, wie ich meine? So. Keine Ahnung. Jeder soll da für sich entscheiden. Bruder, alle Leute, die damit drauf einspringen und das glauben und so und da mitmachen und so und mich auch dann auch mit negativen Kommentaren und sich in WhatsApp-Gruppen zusammentun und meine Videos disliken und ekelhafte Kommentare schreiben und so. Bro, am Ende des Tages müsst ihr euch in die Spiegel gucken. Ich hab damit nichts zu tun. Weißt du? Ich hab das nie gemacht in meinem Leben, zum Glück. Und ich werde das in Zukunft auch nicht machen. Irgendwelche Leute irgendwo hinhetzen oder irgendwie für negative Energie und negative Vibes sorgen. What goes around, comes around, bro. Es kommt auf deine Moral an. Empathie, ja. Bei den Leuten, die das noch haben, die ziehe ich auch an meine Community an und deswegen bin ich auch so stolz auf meine Community und finde es so geil, dass es das halt auch gibt, weißt du? Dass es positive Communities gibt mit positiven Vibes, Digga, die gar nicht sich auf so einem Niveau sich auf so einem Niveau ablassen, weißt du? Ich mein so, bleib so wie du bist. Das genau regt dir am meisten auf, ja. Da muss man sich auch mit abfinden. Ich hab letztens auch einen langen Talk mit Laura gehabt, so. Man muss sich damit auch einfach abfinden, dass wenn du so real bist, versuchst real zu bleiben, echt bist, so. Und vor allen Dingen auch gutherziger Mensch bist, der Liebe predigt, dann musst du mit viel Scheiße rechnen, weil es gibt ganz viele Leute, die das nerven wird. Es gibt ganz viele Leute, die dich deswegen hassen werden, die dann versuchen werden, dich deswegen zu boykottieren, dich deswegen klein zu machen, deswegen auf dir rumzuhacken, weil du einfach positiv bist, so. Das hat schon damals angefangen, als ich in meinen Interviews auch immer so, einfach so Herzensmensch, der so gar nicht viel noch gar nicht so, was soll ich dir sagen, immer nachgedacht hat oder so, sondern einfach sich hingesetzt hat und mit Leuten geredet hat, wo er Lust drauf hatte und dann diese Freude und Positivität und Liebe auch mitgegeben hat und dann irgendwann Leute sich darauf eingeschossen haben und gesagt haben, das ist lächerlich und das ist voll, der ist voll, man kann gar nicht so positiv sein, das ist voll aufgesetzt, das ist voll dies und so. Bruder, wenn du einfach mal die Geschichte zurückguckst, es gibt leider ganz viele Menschen, die Liebe gepredigt haben und dafür gehasst wurden, so und damit muss man sich auch leider dann irgendwie auch mal abfinden, so weißt du, ich versuche immer so zu denken und ich frage mich manchmal so, warum sind Menschen so, wie kann das sein und dann will ich mich rechtfertigen und so, aber das tut auch nicht gut, weißt du, ich akzeptiere das einfach, dass es Menschen gibt, die mich hassen, weil ich versuche gut zu sein, und so, das ist zwar traurig, aber es ist so. Eine Sache will ich noch ansprechen, ich habe mir dieses Marvin California Video, habe ich mir so eine Minute oder so angeguckt, länger ging nicht und da wurde relativ in den ersten Minuten das Thema angesprochen, so Marketing, Personen des öffentlichen Lebens, man muss sich als Marke sehen, der Typ ist dumm, weil er sich nicht als Marke sieht und versucht so als Marke zu agieren und dazu will ich einfach nur sagen, Bro oder Schwester, egal wer zuguckt, ich bin ein Mensch, so, ich bin ein Mensch, ich bin zwar eine Marke geworden, aber auf menschlicher Basis, so, ich bin ein Mensch und ich werde für immer Mensch bleiben, ich werde Menschlichkeit immer über Marketing stellen, ich werde Menschlichkeit immer als erste Stelle haben, so, alles andere kommt danach, ich agiere als Mensch, ich rede hier als Mensch, ich rede nicht als Marke, okay, ist schlechtes Marketing, tamam, das ist deine Meinung, akzeptiere ich, respektiere ich so, aber ich bin anders, ich bin kein Produkt, ich bin ein Mensch, ich bin kein Produkt, ich verkaufe mich nicht als Produkt, ich versuche nicht immer auf der sicheren Seite zu sein, ich versuche nicht immer gut dazustehen, ich bin einfach wie ich bin, so, und darauf bin ich stolz, dass ich immer versucht habe, so zu bleiben und alle, die mich jahrelang verfolgen, die haben das gesehen, ich bin immer der Mensch geblieben, der ich bin und ich werde auch für immer der Mensch bleiben und ich werde in erster Linie immer Mensch sein, so, seid gerne Produkte, macht gerne euer Marketing, seid so und seid so, weiß ich, ich meine, das ist alles eure Entscheidung, aber diesen Kanal, dieser Typ, der hier gerade sitzt, der ist einfach ein Mensch und der wird es auch für immer bleiben und, ja, das hebt mich ab von der Masse auf jeden Fall, kann auch ein Vorteil sein, aber es ist auch ein krasser Nachteil, aber ist mir scheißegal, weil das Mensch sein ist mir viel, viel wichtiger und das, was ich ehrlich bin, nach außen zu tragen, ist mir viel, viel wichtiger.